Ignazio Figueiredo, ein Volksmusiker aus der Gran Sabana in Venezuela, schrieb sehr viel für die Besetzung Volksgitarre, Volksharfe und Gesang. Besonders die Volksharfe hat er sehr gut gespielt und da gibt es eine Komposition von ihm, was Alirio Diaz bearbeitet hat für die Gitarre. Das Stück heißt Los Cajaritos, das heißt, el Cajaro ist ein Baum und wenn dieser Baum klein ist, dann nannte er Cajarito und dann hat er für die Cajaritos und seine Hacienda das geschrieben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.